So, da sind wir wieder. Buggy 3, 1,10er, 5,9er Motor. Der eine hat gerade seine Reifen verloren. Habe aber schon so selbstsicher eine Schrauben gekauft, weil die alten, die halten immer so die Gedolle. Das ist der schnellste in der Liga bei uns. Gucken wir mal, ob der was kann. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir haben uns da drüben die Strecke mal angeguckt. Da ist keine Mauer. Da kann man, glaube ich, besser fahren wie hier. Ich weiß nicht, ob ich GPS angemacht habe. Wenn ich das jetzt nicht angemacht habe, wäre natürlich doof. Mein ganzes Handy ist aus, weil das war nicht langsam. Habe ich nicht angemacht. Oder doch? Warte, da muss man eben skyke. Ne, keine Messung. können Sie gucken?